Keine Sexualgeschichten. Ja okay, jetzt bist du natürlich mal wieder verspätet. Mal wieder spät dran. Wie du siehst, dieses glückliche Gesicht von unserem Hermann mit seiner neuen Mondfrisur erhält gerade unser TF108 fest. Das ist halt der letzte von unserem Formel 1-Autos, den wir jetzt eingeladen haben. Und jetzt gleich geht es weiter mit der Werkzeugkiste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Checkliste. Abgehakt. Perfekt. So, jetzt haben wir schön verladen. Jetzt geht es erstmal was Leckeres zu essen. Jetzt fahren wir zu unserer Metzgerei und dann holen wir uns mal gesundes Fleisch zu essen. So, guck mal hier, da ist lecker Fleisch hier überall. Alles gesundes Fleisch. Gucken, mit mich gucken, nachgucken. Ich habe Rüppchen bestellt. Hier, die sind für dich, für eine Tasche. Oh, danke. Damit du nicht den ganzen Weg nach Hause hungern musst. Man denkt ja mit, ne? Und Action! Cool, lecker. Hammer. Hast du schon so undercover ein Stück probiert? Auf jeden Fall, wie immer. Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Tschau. Tschau, tschau, tschau. Auf jeden Fall, bis nächste Woche. Macht's gut, Mädels. Gott des Willen, ey, jetzt ist es aber gut. Juh, jetzt machen wir gerade unseren ersten Stopp. Ganz kurz beim guten Freund Uwe, der Motorenabteilung. Den haben wir kurz ein paar Teile abgegeben, der sich eigentlich auf BMW spezialisiert hat. Und jetzt geht es weiter. Das erste Pickerl erstmal kaufen. Also an der österreichischen Grenze. Und weiter geht's. Bis gleich. Oh, ich muss erstmal gerade Knochen sortieren. Oh, warte. Ohne Mampf kein Kampf. Jetzt wird gefrühstückt erstmal. Und wie war es? Ja, gut. Mega. Bist du begeistert? Ich bin immer begeistert von leckerem Essen. Also auf nach Italien. Der Service war ja zwar dieses Mal etwas confused. Ne, 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 da ist Kartoffeln drin. Kartoffeln. Das ist Kartoffeln. Aber die junge Dame hat das ja dann alles wieder gut hingekriegt. War lecker. War echt lecker. Kann man genau sagen. Schauen wir mal die schönen Berge an. Das ist noch mega. Ja. Brauchst du mich? Brauchst du mich für den Kommentar und dann dachte. Was denn jetzt? Ja, jetzt. Ja, was? Ja, wie ihr seht, wir sind hier in der Box und jetzt wird ausgeladen. Ja, Autos sind jetzt ausgeladen und schon so grob vorbereitet. Mit dem fangen wir morgen an. Und jetzt gehen wir zu dem Bierchen trinken. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.